Was soll ich hier mit? Was soll ich damit? Verstehe ich nicht, Affe. Ich habe doch keinen Ballon. Unseren wunderbaren Dings haben wir weggeschmissen. Schrumpf, Dreher, Schlüssel, Teil. Verstehe ich nicht. Ich verstehe nicht, was du von mir willst. Was willst du von mir? Ja, da. Habe ich doch schon alles ausprobiert. Nein. 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 Gerade eben ging das aber nicht. Nein. Nein. Wir wimmeln uns ja hier in Lichtgeschwindigkeit voran. Kein neues Wimmelbild in sich. Und zwischendurch lief das doch so wunderbar. Und jetzt habe ich so einen Hänger drin und weiß so gar nicht, was ich machen soll. So überhaupt nicht. Ich habe so gar keinen Plan, wie es weitergehen soll. Ja, toll. Hier ist ein blöder, dämlicher Ausweis. Das weiß. Wow. Jetzt haben wir die doofe Batterie wieder zurückgelegt. Was für ein Erfolg. Und dafür haben wir jetzt diesen blöden Affen. Ich ärgere mich gerade über mich selber, dass ich so einen Hänger habe. Dass ich so gar nicht weiß, was ich machen soll. So gar keinen Hinweis habe. Sondern wirklich irgendwie das Gefühl habe. Ich bin auf diesen dämlichen Affen. Ja, auf Roger angewiesen. Weil, im Ernst. Wir haben eine Pistole. Einen Schraubendreher. Eine komische Plastikkarte. Ein Messer und einen Bolzenschneider. Damit retten wir jetzt die Welt. Ich brauche ein Tuch, um den Dreck da wegzumachen. Ich brauche irgendwelche Zahnräder. Aber doch nicht den Kack da unten. Lecker. Am Boden meines Getränks hatte sich die ganze Kakaomasse angesammelt. Und mit einem Schluck WUMM. Die ganze Kakaomasse im Mund. Tut mir leid, dass ich jetzt so den Tipp missbrauche. Unseren Roger hier. Unseren lieben kleinen Affenschatz. Aber Ich weiß wirklich momentan nicht weiter. Irgendetwas in der Lampe will. Achso, vielleicht runterschießen. BUMM. BUMM. Gewalt ist auch eine Lösung. So. Drei und vier. Wow. Die Tür hat sich geöffnet. Als ich den Pharao berührte, öffnete er den Mund. Als ich den Pharao berührte, öffnete er den Mund. Und als Schlitz kam zum Vorschalten. Ist das ein Schloss? Hm. Lecker. Gib mal her den Klumpatsch. Hm. 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 Ich muss das Rätsel lösen, um die Falltür aufzubekommen. Ich muss die grauen Symbole so umstellen, dass in jeder Reihe vier Symbole liegen. Vier verschiedene Symbole liegen. So. Ich wollte gerade sagen, der Satz war gerade irgendwie ... Achso, das kann schon mal nicht sein. ... Das kann nicht sein. So. Warte, das kann... Das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Das Herz kann nicht sein. Also das... Das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Das kann sein. Ach, das kann hier nicht sein. Verdammt. Das muss das sein, oder muss das hier das Herz sein? ... ... Das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Dann ist hier der Schild. Ja, ja. Verschieden. Dann muss hier das Herz sein. Wenn hier das Herz ist, muss das Ding sein. Ups. Ich war noch nicht fertig mit Überlegen. Ein Luftballon. Juhu. Boah, so eine Statue will ich auch haben. Ich muss irgendwie die beiden Scheiden neben den römischen Zahlen bewegen. Ja, mit einem Zauberstein. Es fehlt definitiv etwas. Und ein Wimmebild. Rassel, Zepter, Mandoline. Ist das eine Mandoline? Ja. Zepter, Rassel, Flachmann. Da ist das Zepter. Rassel, Flachmann, Puderdose. Äh, Flachmann ist da. Hier, ein Geldsack. Nimm mit. Rapier, Rapier, Rapier. Ist das da ein Rapier? Cage, Loverkranz, Krone. Ein Ballon, Limit. Da ist ein Cage. Loverkranz. Da ist die Krone. Halskette, Kanonkugel, Krug. Ein Krug. Halskette ist... Das ist doch eine Halskette. Ja, Junge. Ist trotzdem eine Halskette. Ja, ist ja gut. Ist ja gut. Ähm. Jetzt habe ich schon wieder vergessen, was wir suchen. Rassel. Rassel hatte ich den... Da ist die Rassel. Puderdose, Loverkranz. Rubin. Da ist die Puderdose. Loverkranz, Halskette, Kanonkugel. Kanonkugel. Halskette, Loverkranz. Das ist doch hier eine Halskette. Loverkranz und Halskette. Lorbeerkranz. Lorbeerkranz. Käfer. Lorbeerkranz und Halskette. Inge und Yang-Zeichen. Da ist der Lorbeerkranz. Das war ein Ananas. Das ist auch keine Halskette. Das ist da eine Halskette. Könnt ihr mir sagen, was ihr wollt. Das ist auch die einzige Halskette eine Muschel, die ich sehe. Na komm. Ups. Das andere war ein Flachmann? Saufen ist ungesund. Achso, wir haben ja... ...den Ballon. Du... Du... Du musst den Ballon festbinden. ... Hier an einem Zauberstein. Da dran. Komm schon. Ich will doch jetzt nicht schon wieder hier hängen bleiben, wo wir gerade weiter waren. Und wieder unnützes Zeug gekriegt haben. Flachmann rein. Flachmann rein. Zauberstein rein. Zauberstein rein. Messer rein. Zauberstein. Flachmann. Schraubenzieher. Messer. Alles nix. Ach man, ich will doch nicht immer nur den doofen Affen fragen müssen. Nein, Roger, du bist nicht doof. Aber trotzdem, ich will doch nicht immer nur den Affen fragen. Warte. Wir wühlen mit einem Flachmann. Du brauchst ein Werkzeug. Hättest du mal die Schaufel nicht weggeschmissen, du Olle. Truller. Warte. 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 Neues Himmelbild. Na dann. Meine Güte. Noch vier Stück. Das war eine Welle und jetzt verließ sie mich wieder. Jewel. Irgendwie erinnert mich die Musik an, äh, Stray Souls. Das war gut versteckt. Und noch zwei. Da nicht, da nicht, da nicht. Sehr seltsam, sehr seltsam, sehr seltsam. Da ist eins noch. Am Popo. Und bis jetzt muss ich sagen, ja, wir suchen den euren Typen. Wir haben zwischendurch mal den Psycho-Clown. Ups, den wollte ich eigentlich gar nicht befragen. Ich wollte gucken, ob dahinter da ein Teil ist. Ja, Holzplattenfragment, das wird mir auch sehr viel nützen. Wie alles andere hier in diesem Wimmelbild. So viel zum Thema Logik und... Das eine erschließt sich aus dem anderen. Überhaupt nicht.